Wir sind wieder im Endes, da spielen wir wieder in der Sonne ein, bei der Art sind wir zuvor gesendet. Gut, wir sind heute Morgen, hier wird die Bühne im Sport, bei der Ostern. Und für die nächste Serie, das ist dann schon der Elfmeter, auch noch ein bisschen, wenn wir in der Sonne sind, geht der Elfmeter, wirklich mehr, in die Mitte geschossen, das ist uns bei der Sonne, in den 27.000 Spielen. Das ist dann schon der Elfmeter, auch noch ein bisschen, wenn wir in der Sonne sind, das ist ein bisschen, ich bin guter Dank für das zweite ultime Konnett, Schaukelsler. Überlegen Sie uns, der Meister, der nicht durchsetzt, wenn man auf die Sonne ist, ich glaube, der schaffende Weißler und der See-Weißler hat vorweigelegt. Jetzt können Sie sagen, die entscheidende jetzt, dass es so gut ist, wie es ein bisschen, wie es so gut ist, dass man, wie es so gut geht. Das ist jetzt auch ganz schön. Dann zeigt das Art von Maul, das Tor, geben wir in einem Spiel in Folge, der Manns wird. Einfach immer, wenn wir uns auch gespielt haben. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, der kommt nicht an der Teichan, der hat ja gerade den Schuss noch gewährt. Und die nächste Szene, und da können wir fast noch ein Tor-Tor schießen, Maximilian Meiner. but ich glaube, das Haupt tempest wird probably gut. Aber das lieiens geht ab. Wir hätten wir noch ein Tor-Tor-Tor! Nein, aber ja. Ja. Die Wand Savings... Na es T tsunami! Ja nicht.